3 Fragen, die du an einem Fotografen nie stellst. Ja, du kannst dich aber nachher schon noch schön machen mit Photoshop, oder? Du, natürlich, kein Problem! Meinsch? Du, jetzt möchte ich da nicht reinstimmen, aber ich habe noch eine Frage. Wieso ist eigentlich der Hintergrund unscharf? Du, man hat es ehrlich gesagt? Mit so einer Kamera könnte ich aber sicher auch so schöne Bilder schiessen, oder? In dem Fall, mach doch mal, oder? Kein Problem! 3 Sachen, die der Fotograf sagt, aber etwas völlig anderes meint. Also, ich persönlich bin eigentlich einer, der sehr minimal im Photoshop nachbearbeite, oder? Nur, dass du das weisst. Nein, hör mir doch auf mit Photoshop. Es verwirrt mich doch den Hut. Das ist viel zu kompliziert. Kann man schon ein wenig umklicken und umregeln. Aber weiss doch nicht, was ich damit mache, oder? Scheiss-Trick. Weisst du, ehrlich sein, ist meine Kamera für mich nur ein Werkzeug, oder? Heilige Maria, weiss doch nicht, was alles drauf hat auf dem Klopf. Ich weiss nicht, ob wir die Hälfte von den Sachen, die auf der Kamera ist, macht. Heilige Maria, jetzt mein Du. Los mal, mir gefällt's langsam. Ich finde einfach, mir passt das Licht noch nicht so ganz, gell? Jetzt wird's schick. Ich habe keine Ideen. Jetzt muss ich das ein wenig rundherum schnurren. Jetzt muss ich verändern die Ziegen, dann zeig ich mir herrgermein. Nummer 4! Nummer 5! Nummer 5! Nummer 6! Nummer 3!